Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Die Chance hier. Ganz stark abgeblockt. Ganz spannende Szene. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und dann setzt er sich durch. Willenstark. Das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr. Keine Chance. Der Ball kommt hoch rein. Da ist er da. Den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Und Tor. Den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Wir blicken nochmal kurz auf diesen Treffer. Sie bauen geduldig auf. Und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke. Und damit hat der Kieper nicht gerechnet. Er schießt. Da haben sie das Tor noch nicht. So also weiter dieser klare Rückstand. Aber das sah gut aus. Ja Wolf, ich glaube auch, die können hier nochmal rankommen. Gondorf. Schlecht verteidigt. Der geht vorbei. Den muss er hier machen. Oh, geht da noch was? Sie verkürzen. Nur noch eins. Ist das denn zu fassen? Spannung pur. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Sie sind ganz dicht vor dem Comeback in dieser Partie. Und damit hätte ich im Leben nicht mehr gerechnet. Das Unentschieden ist greifbar. Ja, kann man wohl sagen. Eine wahre Freude zuzuschauen. Alle ständig in Bewegung. Wird das die Entscheidung? Glanzparade gehalten. Ecke jetzt und die Chance alles klar zu machen. Er bringt den Ball auf den langen Pfosten. So, erstmal geklärt nach dieser Eingabe. Schlusswiff. Nun steht es fest, Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Schlecht verteidigt. Und der Vergnügen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017